In der deutschen Sprache gibt es ein sehr interessantes Wort. Ich meine das Wort nachtragend. Das bedeutet, dass man jemand etwas nachträgt. Die Situation ist folgende. Jemand hat dir etwas angetan, ist an dir schuldig geworden, hat sich an dir versündigt, hat dir vielleicht Verletzungen zugefügt oder Schmerzen und du bist der Leidtragende, du hast diese Not irgendwie zu schleppen. Du musst das handeln, musst damit umgehen. Aber du stehst in der Gefahr, jetzt das, was er dir angetan hat, ihm noch nachzutragen, hinterherzutragen. Und wie das Wort schon sagt, du bist derjenige, der trägt. Du bist derjenige, der schleppt. Du bist derjenige, der sich abmüht und das Ding hinter der Person herträgt. Die weiß vielleicht gar nichts davon oder ignoriert das. Du bist derjenige, der in doppelter Weise zu schleppen hat. Die Bibel sagt uns, wir sollen vergeben. Wir sollen im Grunde genommen allen Menschen alles vergeben, was sie uns jemals angetan haben. Warum? Weil das eine wunderbare Sache ist. Wenn du nämlich diese Dinge der Person vergibst, dann wirst du frei von der Last, die du der Person hinterher trägst. Du wirst frei von dieser Mühsal, von dieser Plackerei. Du wirst frei und dein Leben bekommt eine völlig neue Form von Leichtigkeit und von Segen. Weißt du, in der Bibel gibt es das Gleichnis vom Schalksknecht. Das war ein Typ, der hatte eine große Schuld erlassen bekommen, aber hat einem anderen eine kleine Schuld nicht vergeben. Das hat dazu geführt, dass er letztlich ins Gefängnis kam und den Folterknechten übergeben worden ist. Folterknechte. Das ist ein geistliches Bild für zerstörerische negative Mächte, die in dem Leben einfach quälend und zersetzend wirken. Und genau das geschieht, wenn ein Mensch nicht vergibt. Er öffnet negativen Dingen Tor und Tür, die in seinem Leben zerstörerisch eingreifen können. Unvergebenheit ist eine der Hauptursachen für Krankheiten. Wusstest du das schon? Bist du nachtragend? Trägst du irgendwelchen Menschen irgendwelche Dinge hinterher, die dir das irgendwas mal angetan haben? Vielleicht vor Jahren und Jahrzehnten? Ich möchte dich einladen, vergib den Menschen alles und es wird für dich selber zum größten Segen werden. Du selbst wirst frei werden. Lass den anderen frei und du wirst frei werden. Du wirst frei werden von dieser Schlepperei und Plackerei. Du wirst frei werden und dein Leben wird eine völlig neue Qualität bekommen. Es ist eine teuflische Verführung, nachtragend zu sein. Etwas, was dein Leben wirklich, wirklich verhunzt. Ich lade dich ein, vergib um deinet Willen. Vergib den anderen um deinet Willen. Es wird zum größten Segen für dich sein. In dem Sinne glaube ich, Gott hat viel mehr für dich. Of, was dich wieder ausges וא� ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020